ich frag mich gerade sind unsere sachen in der werkstatt überhaupt sicher also ich meine jetzt die die verkaufen die waffen und kleidung oder werden die auch zerlegt also werden die auch für spawn benutzt richtig gar nicht das wäre ja richtig scheiße am liebsten möchte ich die waffe jetzt abschießen nur um zu sehen wie es aussieht mache ich auch nur um zu sehen ja wie gesagt sind diese eigentlich sicher oder muss ich die irgendwo extra lagern naja ich baue erst mal sowieso nichts aber wäre schon gut zu wissen so ich glaube hier ist ein guter ort um was macht er darauf für ein gesicht geht es ihm nicht gut der will ab habe ich auch effekte zeigen ach so ich bin alkoholabhängig und medex abhängig bin ich auch verdammt er ist abhängig war es im dritten teil eigentlich auch schon so weiß ich gar nicht mehr schon so lange her ist nicht witzig warum lache ich denn schon wieder charisma minus 1 beweglichkeit minus 1 ok das sind die die schon freigeschaltet hat ja moment jetzt muss ich mal kurz gucken ob ich das los werde fix alle ach so ja alle abhängigkeiten heilen das definitiv trink mal inhalieren mal besser gesagt sieht ja aus wie ein inhalator abhängig jetzt geht es ihm wieder besser muss aber schon länger gewesen sein weil mir ist es schon vor stunden aufgefallen dass er ein komisches gesicht zieht da wusste ich nur nicht warum das ist sogar geil ok fat man wo ist er fett die mc fat man äh ja auslusten ich würde gerade euch vorher speichern sollten und das ist mir eine meiner mini atomen weg genau mache ich auch ich glaube dann lade ich nochmal kurz neu hey willst du noch was sehen nick guck mal guck mal hier ey nein nicht egal ich wollte eigentlich die kamera gerade drehen aber na gut ok gut ich schlage vor ich baller das ding mal da hinten in den fluss damit das noch ein bisschen verstrahlter ist ja vielleicht auch uns anrufe mal gucken drei zwei eins feuer ach die scheiße geil nicht dass ich explosion geil finden würde ne ich will nicht neben einer stehen aber das sah schon ganz schön krass aus ich schieße mal hier vorne eine hin weil damit ich es besser höre so da schieße ich es mal hin gut das sah nicht so spektakulär aus ah wo ist denn hier mein lauter regler laute und leise regler ok einen noch ich schieße mal da hinten einen hin oder vielleicht auch so genau so nachladen 3 2 1 feuer wie weit fliegt die denn ist das krass halte scheiße kommt nur her ihr radass und ihr super mutanten und das institut ne ich hab ja gar nicht mehr scheiße bleibt weg bleibt weg hast du das gesehen nick hast du das gesehen nick hast du das gesehen nick hast du das gesehen das ich rede gleich mit ihm ähm neuladen genau alter war das krass so so habe ich noch alle ja gut kann ich die waffe eigentlich wieder wegstecken ja genau nick hoch hat der knopf hey was brauchst du mini atombomben was meinst du mit diesem schiff mitten ins commonwealth zu fliegen denk an meine worte die bruderschaft will einen krieg beginnen mhm wieso das ist zwischen uns alles in ordnung nun mit dir zu reisen ist auf jeden fall besser als in einem vault gefangen zu sein also würde ich sagen dass es gut läuft ok was meinst du wer hat deiner meinung nach den krieg eigentlich gewonnen wohl niemand niemand nein was meinst du hier draußen gibt es eine menge leute die hilfe nötig hätten was meinst du heutzutage verlassen sich zu viele leute auf gewalt als problemlösung schau dich um dann siehst du wozu das führt mhm was meinst du bist du noch fit ich muss nicht schlafen oder essen oder so wenn du das tun musst machen wir pause nö alles gut erstmal danke ich muss mal den fat mann hier zurück bringen der ist viel zu gefährlich soja jetzt weiß ich immer noch nicht ob die sachen die hier gelagert werden ob die ob die dann irgendwie ja ach mensch ob die dann irgendwie weg sind ich muss mal wieder leise machen hier besorg mir ein wenig jet nein so kann ich dir mit dem dritten auge helfen niemals niemals ich unterstütze deine sucht nicht Powerrissungsstation ja Irrusionskern du hättest den nicht lieber rausnehmen sonst läuft damit näher noch einer los nein nicht reinstecken ich wollte den eigentlich gerade rausnehmen ich dachte mir wieder so ein verdammter Raider eine klaut ja ich wie gesagt ich weiß gar nicht hm Betten 7 wieso 8 oh wir haben ein mehr bekommen ja na gut dann brauche ich noch schnell ein Bett kein Thema es wird zwar etwas voll hier drin aber erstmal sollte es gehen Möbel Betten so später ändere ich das nochmal oh Mann oh Mann ich baue zur Not gleich noch eins zur Sicherheit besser gesagt nicht zur Not so eins noch ach ja also hier in so einem kleinen Raum was zu bauen ist echt kacke ja das ist doch noch über der Kerze gebaut naja gut geht so ja wie gesagt mache ich später sowieso nochmal anders soll erstmal nur notdürftig sein Läden geht ja eh noch nicht was haben wir denn hier noch Herstellung Herstellung kochert 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 kochstation noch eine kochstation labor labor power rüstungsstation sonstiges ich habe das noch gar nicht so richtig durchgeguckt hier alles Möbel sonstiges Fernseher Fernseher kann man auch bauen noch gar nicht gesehen Theke ein Klo ein Wackelpuppen äh ein Wackelpuppenständer meine ich cool bringt der irgendwas dann brauche ich den in meinem Haus bei Gelegenheit werde ich das hier so nochmal einrichten toll hier mein schöner Holzfussboden passt der hier rein oh schade ok passt der hier rein na wo brauche ich den denn jetzt hin hier ne hier ist affig sind beide Zimmer auch nicht der soll einen Ehrenplatz kriegen hier ne ist auch doof die Dinger machen aber auch einen Krach muss gar nicht wie die Leute da schlafen können naja hier in der Ecke kann ich ja sowieso nix hin bauen würde ja eigentlich sogar passen die könnt ihr ruhig mal eine ausfegen das wäre schön ganz laub hier so ähm nein Transfer die Bär ist es bestimmt, wa? Energie, Wackel, Wackel, Puppe, Lagen ach ja Tatsache steht doch da die Boni hab ich doch trotzdem oder? ach doch nicht falsch mal hier hm 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 Energiewaffen. Hä? Achso. Ach, Quatsch. War halt ganz falsch. Das hab ich doch noch vorhin von dem anderen. Muss ich gleich mal nachgucken, was das ist überhaupt. Bestimmt irgendwie für eine Rüstung, nämlich an, dass man die bestärken kann. Reparatur, Wackelpuppe, Lagen. Ich hab drei oder vier hab ich gefunden. Sprachwackelpuppe. Wahrnehmungswackelpuppe. Das war's ja. Naja gut, vier Stück. Wie viel sind's denn? Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Stück sind's. Fünfzehn Stück. Sieht schon ein bisschen doof aus, hier so in die Ecke. Tische, Regale, Behälter, nein, auch nicht, Dekoration, Bodenbelege, hä? Ich wollte einen Holzlosboden haben, Mensch. Wand, Schmuck, Ah, ich hab, ne, ich hab nur ein besseres Ding. Keine Flagge. Wo ist denn die überhaupt gerade hin? Ach da. Was steht denn da drauf? Ah, es sind noch mehr. Flagge, da steht da in der Bruderschaft. Meditman, Flagge, USA-Flagge. Was sind das für ein riesiges Ding? Achso. Ich seh nix. Hätte ich auch draußen ans Haus hängen, endlich. Na, guck ich mir hin mal nach. Ne, was wollte ich hier gerade, Mensch? Äh, ausgeschaffte Kreaturen. Trophäe, Braminköpfe. Das ist ein Maulusrattenkopf. Wollte grad sagen, ne Schlammkrabbe. Okay. Ratte, sprachen wir auch nicht. Gemälde, Gemälde, Gemälde. Oh, die Katzis. Ne, Gemälde wollen wir nicht. Zeichen. No Smoking. Tools. Ja, genau. Ein Basketballkorb. Was ist das? So ein Essensding. Ne, wollen wir auch nicht. Sonstiges. Beleuchtung. Ist das eine Beleuchtung? Ne. Ach, ein Aschenbecher. Ach so, so ein großer. Wollte schon sagen, was ist das mit einem Aschenbecher? Eiskühle, Hundehütte, Kinderbett, Milchautomat, Mülleime, noch eine. Oh, Nukakulautomat, cool. Radio, ach nur, Schild. Kann ich auf das Schild auch was draufschreiben? Hm. Ich hätte lieber hier ein paar Lampen hingebohrt. Ne, Stecker und Schalter. Ich glaube, der ist groß genug. Den findet man auch im Dunkeln. Okay, Druckplatte. Dieser Strahlennetz. Ja, der wäre ideal. Energieziele. Deckenventilator, Disco-Kuh. Stroboskoplicht. Vielleicht. Kann ich das hier eine Decke bauen? Schade. Bisschen undicht das Dach, würde ich sagen. So ist das Ding jetzt. Hier geht's, oder was? Toll. Hier geht's auch, aber nur hier. Wir sind mal kurz zum Testen. Egal erstmal. Okay. Schutz 36, Betten, alles okay, Moral. 76. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, ob die Waffen da drin auch sicher sind, oder ob ich extra einen Schrank bauen muss. Hm. Hm. Muss ich glaube ich nochmal googeln. Hm. Ja, keine Ahnung, ey. Plastik. Ich glaube nur, ja, Plastik 2. Ich glaube, man kann hier alles lagern. Säure, Antiseptikum und Glasfaser kriegt man da draus. Ich glaube, man kann hier alles lagern. Und nur die Sachen, die verwertbar sind, werden ja noch verwertet. Alleine bleiben drin. Denke ich mal. Also Sicherheit machen die dann trotzdem nochmal so eine Art Waffenschrank oder irgendwie sowas. Und für Kleidung. So, was haben wir denn jetzt hier für Aufträge gehabt? Aufgaben sind ja echt viele sogar. Mit der Sonstiges spricht mit Bob auf Frieden Sheffield an in Luca Coda untersucht das Museum Dexerei erkunde die Combat Zone. Wiedersehen macht Freude. Äh, ja. Später. Steine Schatten melde dich bei Paladin Danse oder Dan zumindest. Müsste man eigentlich mal hin. Da fällt mir grad noch was ein. Hab ich hier schon mal Farbe abgelegt? Ich hab nämlich keine Ahnung. Gelbe Farbe, ja. Ja, die Menüs sind wieder ein bisschen sehr unübersichtlich. Braucht man immer Ewigkeiten nochmal durchzugucken. Man weiß nicht mal, wann man unten ist. Das ist auch geil hier. Brustkorb und Becken. Oh Mann, oh Mann. Knochen. Hab ich schon alle möglichen? Ja. Bisschen krank sowas zu sammeln. Mini Atombombe Beryllium Aufsatz. Cool. Nein, ich hab keine Farbe. Was ist los? Ja, muss ich erschreckt mich doch nicht so, Mann. So wahnsinnig. Einen Punkt hab ich auch noch zu vergeben. Och, verdammt. Ich bin doch hier immer so unentschlossen. Beweglichkeit. Ja, Beweglichkeit eröffentlich deine Reaktion und dein Geschick. Ja, wo du schleichen kannst. Haben wir irgendwas beim Schleichen noch? Was ich nutzen könnte gerade? Weil ich die ja nur schon alle so hochgelevelt hab. Mega kritischer Treffer. Fortgeschrittenen Training für verbesserte Kampf effizienten kritische Treffer verursachen 50% mehr zusätzlichen Schaden. Das ist natürlich auch gut. Das Glück ist dir heute. Jeder Treffer im Worts hat eine Chance seine kritische Leiste zu füllen. Maschinen dienen Menschen. Zumindest dir. wenn du einen Roboter hackst erhältst du jetzt probier mal was anderes aus. Ich speichere auch nochmal weil ich den Punkt eigentlich nicht verschwenden will sonst. Ich mach jetzt mal dieses Robotik Experte Was war das hier nochmal? Achso Robotik Robotik Experte Wo bist du? Hier Oder Moment Was wäre deine zweite Stufe? Wenn du einen Roboter erfolgreich gehackt hast kannst du ihn zum Angriff aufstacheln. Wenn du einen Roboter erfolgreich gehackt hast kannst du ihn genau an... Ach ja verdammt Ich hab gedacht genau bei das hier hab ich gedacht ist schon in der ersten Stufe so dass wenn ich Robotik Experte freigeschaltet hab dass ich dann schon Roboter Anweisung geben kann der auf dem Schrottplatz steht den wollte ich nämlich eigentlich hier in meine Siedlung schicken den ich zuerst gefunden hab Kannst ihm genaue Anweisung geben Ach verdammt Na gut dann fällt das jetzt auch raus Level 44 war das hier ne Wie lange soll das dauern Okay was ist das Bleibwagen Nein Gewehrschütze Nein Aufmerksamkeit Kenne die Schwachpunkte deine Feinde um sie zu besiegen Du kannst dir die Schadensresistenzen eines Ziel im WOTS ansehen Ausdauer Erhöht deine Gesundheit Ich weiß es dauert ja immer ewig lange Eigentlich müsst ihr irgendwas bei Intelligenz nehmen hab ich ja nun schon so alle voll hier Zwei Woffen Mats wäre natürlich auch gut Verdammt 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 Ich nur als Beweglichkeit Schluss aus Nein Ich will ja auch besser schleichen können ist ja alles richtig aber das hier im WOTS war natürlich auch geil wo war denn das jetzt das hier Aufmerksamkeit Kenne die Schwachpunkte deine Feinde Ich hab ja gespeichert ich probier's mal kurz aus Geht das auch bei denen Ich glaub nicht Sobald ich auch gar keine Waffe ausgerüstet hab Wahrscheinlich Geht's das ab nicht Okay Nochmal Level 6 Was zeigt er mir jetzt nur an Level 6 und ja Verteidigung 10 oder was Level 15 Nehmen Spaß Mach ich natürlich nicht Was Was Achso ich dachte gerade Ihn gibt's doppelt Der sah genauso aus auf die Entfernung Hallo Sir Hallo Hast du Wolltest du irgendwas Hey Kann ich was für dich tun Keine Ahnung Kann ich was für dich tun Ich dachte Ich dachte gerade Nick kommt von da auch nochmal und steht hier Das war gerade witzig Okay Gut Ich muss das nochmal laden Ich will den Punkt Nehmen Habe ich den Punkt jetzt nicht mehr Bedämmt Müsste der denn sein Das ist auch geil Powerrüstung mit Jetpack Aber hier müsste ich noch haben Ja Gott sei Dank Ja nee Dann brauch ich ihn ja jetzt hier nicht auf Da verschwenden Charisma wäre genauso gut Bedämmt Ach Rüstmeister Naja man findet die eh andauernd noch So viele Rüstungen Wirf die Schmiede an Unterhaltung Zugang zu Standard Und Rang 1 Mach für Nachkampfwaffen Achso Nachkampfwaffen benutze ich also gut wie gar nicht Stärke 6 Plus 25 Auftragekapazität Zweite Stufe 50 Wieste wat Ich nehme jetzt Stärke damit ich Stärke Starker Rücken freischalten kann Genau Punkt Fertig aus 1 2 3 4 5 Naja Gut Jetzt bestimmt Vertragen kannst Und wie viel Schaden danach Du hörst jetzt sofort an Ja So Jetzt Ja Egal Jetzt Ich Mecke Ehren Da und Übers Inventar Was machen Wir denn Jetzt Sprich mit Paladin Danse War doch Hier Auch Ich hoffe Die Quests Übersteigen Sich nicht Irgendwie Säubere Starlight Drive In Ja und Dann Na gut Ist ja auch Ganz in der Nähe Mystic Pines Ich gehe mal nach zum Museum der Freiheit Ich glaube von da aus passt das ganz gut Verdammt Jetzt hört mich schon wieder das mit dem Anführer ein Der Skill Um Um Vielen Dank.